Ich warte auf einen, einen Klippenspringer. In den ich mich verliebt habe und ich glaube, bis ins Ende der Welt gehen würde. Ich will ihn nicht aufgeben, auf keinen Fall. Dafür ist er mir schon zu sehr im Herzen drin. Ich habe mir halt Geld geburgt. Dann bin ich nach Jamaika und habe mir einen Traummann gesucht. Sprich, gut aussehend, Sixpack, größer wie ich. Tattoos sind auch nicht schlecht. Die machen Komplimente ohne Ende und darauf springen halt einige an. Ich stehe halt drauf, sonst würde ich ja nicht hinfahren. Den Typ habe ich am zweiten Tag getroffen. In der Bar beim Hotel. Das sieht geil aus. Hab Liebe gesucht und Liebe gefunden. Der Kuss war traumhaft. So schön hat ein Mann lange nicht geküsst bei mir. Und ich fürchte, der Rest wird auch schön werden. Der Mann ist ein Herz und eine Seele. Ich bin 5000% verliebt. Herz sagt ja. Jetzt bin ich halt wieder hier. Das ist die Kehrseite der Medaille. Du weißt, seitdem ich wartet war, ja. Alles ist nicht gut. Ich gehe hier crazy. Ja? Ja, okay. Ich liebe dich. Du hörst mir? Ich liebe dich, ich sage. Und du? Du liebst mich? Sag. Okay. Ich freue mich, tschüss. er hat mich auf dem kalten fuß erwischt aber jetzt bin ich glücklich ganz glücklich denn er hat angerufen verstehst du